Der Typ, der in den... Hey, Moment mal, was will er? Das ist ein knallhartes Training. Ich geh jetzt trainieren. Jo, das ist ein Geheimnis. Bitte schnitt jetzt. Hey, ich habe gesagt, schnitt. Ich habe gesagt, schnitt. Ihr hört's nicht auf mich. Das ist ein knallhartes, geheimes Training. Weil ich will die Tiefen des Marianenkrams erkunden. Das ist geheim. Das muss niemand wissen, wenn's ihr keine Geheimnisse bewahren könnt. Ihr müsst mich antauend filmen, oder? Dann schleicht's euch. Auf gut österreichisch gesagt, bis ihr merkt's oder vielleicht auch nicht, läuft der Geschirrspüler im Hintergrund. Ich mache jetzt einen Drucktest. Ja, ich öffne den Geschirrspüler und halte meinen Schädel da hinein. Da staunt ihr nicht schlecht, oder? Ich kann das. Und um das Geheimnis zu wahren, hier bitte schnitt. Ja, vielen Dank, dass ihr an dieser Stelle einen Schnitt gemacht habt. Ja, ich bedanke mich. Und weiter geht's mit dem Training. Habt ihr gedacht, das wär etwa alles? Hä? Nein, da kommt noch viel mehr. Ja, was ich mit dem Bessen vorhabe, das erzähle ich euch gar nicht. Nein, das erzähle ich euch nicht. Das ist ein Geheimnis. Und das muss ein Geheimnis bleiben. Ja, so schaut's ja nicht aus. Glaubt ihr, ich verraut euch, was ich mit dem Bessen mache? Nein, das gehört zum knallhaften Training dazu. Das Video ist euch zu langweilig. Jetzt geht die Action richtig los. Na, die Brille nehm ich nicht ab. Die nehm ich mit in den Mariannenkram. Die schützt mich vor dem Wasserdruck. Wenn ich nicht regelmäßig meine drei Liegestütze mache, wird das nix. So ein Mist. Ich hab einen Kranz im Nacken. Ich muss so liegen bleiben. Ich kann nicht mehr aufstehen. Hahaha, das war ein Scherz. Jetzt mach ich meine drei Liegestütze. Eins, zwei, drei. Da schaut ihr jetzt, okay? Da staunt ihr jetzt. Da staunt ihr, okay? Oh, ey, du bist so steig. Darf ich deine Frau werden? Bitte? Nein, du nicht. Okay? Ist das bei dir angekommen? Bei deinen kleinen Erbsenhinten? Mhh. Jetzt hast du mich beleidigt. Du hast deine Gefühle verletzt. Das erzähl ich dir nie. Du bist so ein Lusche. Du schaffst es nie zum tiefsten Punkt. Oder gar unter dem Mariannenkram durchzutauchen. Weil unter dem Mariannenkram ist nix. Ich geh jetzt auch. Gehen hier auch jetzt alle, oder was? Bin wohl nicht der einzige. Was meinst du? Äh, 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 okay. Wie du meinst. Ich bin einverstanden. Ich hab grad den Boden aufgewischt. Ja. Mit meinem geilen T-Shirt. Ja. Ich zeig euch jetzt, was ich noch mach. Nein, das zeig ich euch jetzt nicht. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Der Typ, der zum Mariannenkram taucht, soll ein Geheimnis bleiben. Für Spekulationen von euch. Hat dir dieses Video gefallen? Lass einen Daumen nach oben da. Gerne kannst du mir einen Kommentar schreiben, wie ich besser unter den Mariannenkram durchtauchen kann. Ja, so schaut's nämlich aus.